Heute steht die gesunde Haltung der wichtigen oberen Blattetagen im Mittelpunkt und wenn Sie erfahren möchten, was ich zusammen mit meinem Kollegen Jan Reinicke jetzt empfehle, dann folgen Sie dem heutigen Feldreport. In vielen Landesteilen zeigen sich aufgrund der hohen Temperatursummen die Getreidebestände mit einem deutlichen Wachstumsvorsprung gegenüber dem langjährigen Mittel. Sie sind oft gut und üppig entwickelt, Wasser und Nährstoffe sind verfügbar, einem ungestörten Wachstum steht also nichts im Weg. So könnte man denken, wären da nicht diverse Pilzkrankheiten, welche ebenfalls von diesen günstigen Bedingungen profitieren und sich dann unter Umständen epidemisch ausbreiten. Wir sprachen vor kurzem bereits über T1-Fungizide. Hier waren Unix Pro und auch Kajak als Grundlage unsere Antwort auf frühe Halmbasis und Blattkrankheiten. Heute steht die gesunde Haltung der genauso wichtigen oberen Blattetagen im Mittelpunkt. Zunächst wollen wir mit meinem Kollegen Jan Reinicke einen Blick auf den aktuellen Stand der Wintergaste werfen. Jan, wie sieht es im Nordwesten Deutschlands aus? Hallo Uwe, seit dem letzten Feldreport ist das Getreide enorm gewachsen. Nach regional immer wieder Niederschlägen und aktuell kühlerer Witterung haben sich die früh gedrillten Bestände gut entwickelt. Heute befinde ich mich im Landkreis Peine und werfe einen Blick in die Getreidekulturen. Insbesondere die Wintergerste ist in der Vegetation deutlich voraus und auf den ersten Flächen befinden wir uns im Stadium EC 49, dem Grandspitzen. Hier müssen jetzt die Maßnahmen zur Wuchsregulierung abgeschlossen werden. Der starke Ausgangsbefall mit Blattkrankheiten wie Zwergrost und Netzflecken wurde in der T1-Maßnahme vorerst gestoppt. Nun gilt es das Hauptaugenmerk auf die Abschlussmaßnahme zu legen und an dieser Stelle tritt die Krankheit Ramularia in den Fokus. Ramularia befällt die Blätter und die Grannen und kann bei Starkbefall erhebliche Ertragseinbußen zur Folge haben. Denken Sie bei der Planung der Aufwandmengen daran, dass diese eine lange Dauerwirkung entfalten, da wir uns noch sehr früh im Jahr befinden. Wie Sie jetzt richtig in der Gerste vorgehen, verrät Ihnen mein Kollege Uwe Schmidt. Uwe, damit zurück zu dir. Ja Jan, es ist wie von dir beschrieben. Genau darum gibt es schon jetzt viele Anfragen zur Fungizidenabschlussbehandlung in der Gerste. Breiten und vor allem Dauerwirkung sind in diesem Frühjahr besonders gefragt und robuste Aufwandmengen sind wichtig für den Erfolg. Eine besondere Rolle spielen unter diesen Bedingungen die Carboxamid-Fungizide. Elatus Ära als Vertreter dieser Klasse kommt mit 1,0 Liter Hektar zum Einsatz und bekämpft breit und lang Röntjusporium, Netzflecken, Zwergrost und Ramularia. In Ramularia Schwerpunktgebieten, wie von dir beschrieben, ist der Zusatz von Vollpaaren die perfekte Ergänzung. Hier empfehlen wir Elatus Ära Vollpaaren mit 1,0 plus 1,5 Liter je Hektar. So viel zur Wintergerste. Jan, was kannst du uns zum aktuellen Stand der Weizenbestände berichten? Ja, die Situation im Weizen ist weiterhin sehr differenziert. Frühe Bestände erreichen EC 32 und späte Bestände sind noch deutlich zurück in EC 29 30. Maßnahmen zur Wuchsregulierung und frühe Fungizide wurden vielerorts gefahren, um den starken Ausgangsbefall mit Gelbrost, teilweise Braunrost und Septoria Tritici einzudämmen. Circa 14 Tage nach dieser Maßnahme ist der Weizen wieder ungeschützt. Nun gilt es, das vorletzte Blatt und das Fahnenblatt mit einer Maßnahme in EC 39 gesund zu erhalten. Achten Sie in Ihren Beständen je nach Sorte auf Gelbrost und Braunrost, die sich innerhalb kürzester Zeit entwickeln und nun die ertragsrelevanten Blätter schädigen. Bei anhaltender Blattnässe und Ausgangsbefall auf den älteren Blättern achten Sie auch auf Septoria Tritici. Auch der frühe Roggen hat sich gut entwickelt und schiebt das Fahnenblatt. Wir finden immer wieder Braunrost auf unbehandelten Flächen. Schützen Sie jetzt Ihre Bestände mit robusten Aufwandmengen bis zur Reife. Wie Sie das erreichen, wird Ihnen nun Uwe Schmidt berichten. Damit zurück zu dir, Uwe. Jan, auch im Weizen ist Elatus ERA mit 1,0 Liter Hektar die Standardempfehlung zum Erhalt der oberen Blattetagen. In Gebieten mit hohem Weizenanteil bietet sich gerade unter feuchten Bedingungen in anfälligen Sorten ebenfalls der Zusatz von Vollpaaren mit 1,5 Liter Hektar an. Der Multi-Site-Wirkstoff bietet zusätzlichen Schutz gegen Septoria Tritici auch im Hinblick auf die Resistenzentwicklung. Bei bereits vorhandenem Befall mit Septoria Tritici ist möglichst viel Kurativität gefragt. Jetzt wird durch den Zusatz von Simpara mit 0,33 Liter Hektar das Carboxamid-Azol-Verhältnis in Richtung Azol optimiert, um die heilende Wirkung zu sichern. Im Weizen mit seiner langen Reifephase sind Fungizide in der Ehre oder Blüte meist unverzichtbar. Amistar Gold mit 1,0 Liter Hektar sichert vor Rosten, Septoria-Arten und Schwärzepilzen. Gretec mit 0,5 Liter Hektar ist eine weitere Möglichkeit. Es ist ein flexibler Mischpartner gegen die genannten Abreifekrankheiten und kann bei Bedarf um einen Fusarium-Partner ergänzt und komplettiert werden. Sind wir auf den etwas leichteren D-Standorten, wird Winterrocken oder auch Winter-Tritikale im Anbau favorisiert. Der Hauptfeind Nummer eins sind hier die Rostarten und auch hier ist Elates ERA mit 1,0 Liter Hektar unsere Empfehlung, denn Dauerwirkung gegen Roste im Blattbereich ist wichtig für den Ertrag. Beim Überschreiten der Bekämpfungssichtwerte ist Schutz vor Schadinsekten in allen Getreidearten wichtig. Ob Getreidehähnchen im Blattbereich oder Blattläuse in der Ehre, verratet Zeon mit seiner Kapseltechnologie, bietet mit 75 Milliliter Hektar Schutz vor beißenden und saugenden Insekten. Kommen die Eishellien noch? Auch Kälte ist ein Stressfaktor. Biostimulantien können abiotischen Stress für die Pflanzen minimieren. Megafol mit 2,0 Liter Hektar ist jetzt nach EU-Düngeproduktverordnung CE geprüft und in diesem Bereich mit seiner breiten Mischbarkeit unsere Empfehlung. In puncto Applikation kann man viel richtig, aber auch viel falsch machen. Copwise liefert Infos zu Abstandsauflagen, gibt Empfehlungen zum Spritzwetter, zur Düsenwahl und weiteren Einstellungen wie Druck und Geschwindigkeit und ist damit die ideale App rund um die Applikation. Damit möchte ich mich für heute verabschieden und wünsche maximale Erfolge in Feld und Flur.